Hängig, ne? Macht euch schönen Abend, trinkt noch Bier, genießt die Bands. Genießt die Herbentwicklung mit Vorsicht, da gibt's keine Klobürste. Das hat meine Bewertung von einer guten Zwei auf eine schlechte Brei herabgesetzt. Dementsprechend ist der nächste Fall ein bisschen depressiver. Das ist ein Walzer. Und das geht um Tod. Ich schau jetzt auf. Das ist ein Walzer. Untertitelung. BR 2018 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020